Man kann schon davon ausgehen, dass das Bier bald deutlich teurer wird. Was heißt das für Sie? Ist es urscht, als Radler trinke vermutlich? Kommt immer darauf an, wie man lebt, wo man lebt. Also, wenn man in der Welt lebt, natürlich, dann ist man dem ausgesetzt. Lebt man in der Fülle Gottes, ist man dem nicht ausgesetzt und lebt vom Himmel herab. Ja, also ich meine, es fällt dann, glaube ich, auch nichts mehr ins Gewicht, wenn das Bier auch noch teurer wird, ist dann einem auch, glaube ich, wert, die drei, vier Euro mehr. Aber wäre natürlich zart, auf jeden Fall. Dann würde man trotzdem weiter trinken, glaube ich. Also, Bier in Österreich darf nicht fehlen. Ich selber trinke zwar nicht, aber ich kenne halt die Bevölkerung in Österreich und ich würde sagen, auch wenn es das Zehnfache kostet, wir werden trotzdem Spitzenreiter in Europa sein. Ja, ich trinke manchmal nur eine Flasche. Ich meine, wer mehr braucht, muss dann halt mehr zahlen. Kann gut sein, günstiges Bier ist aber auch immer schön, besonders im Sommer. Also, besonders als Student, drei, vier Euro für ein Kasten Bier ist dann doch mehr. Genau, also ist schon ordentlich dann.